Hey Leute, jetzt spiele ich mal MSP, wie ich es ihr gerade sieht, ähm, und ja, und ich wurde, meine Schwester hat Dings an, deswegen echt erschienen, kann ich leider nicht. So, ähm, so, ich gucke mir hier mal was nach. Wow, okay, ähm, ich habe nichts gefunden. Leute, nicht wundern. So fasst aus, rote Haut, seine Frau, nahm sie fein, schnapp ihn ins, mit Gott heim. Ha, hast keinen Kopf gekriegt, oh mein Gott, Alter. Ist jetzt aber auch egal, muss keiner machen, oder, okay, das schreiben viele, immer wenn ich drin bin, wird es geschrieben, das ist vielleicht verwitzig, und irgendwann mache ich immer wieder VIP, aber das weiß ich nicht wann, weil ich echt nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr VIP, also, von daher, dann gehen wir mal in einen anderen Raum. Oh ja. Oh ja. Alternativen Mein Chef kommt ins Büro und sagt nicht mal hallo. Er hat Neuigkeiten und die klingelt etwa so. Du musst jetzt doppelt so viel schaffen und es hinterhalb wird sein. Aber mach doch keine Sorgen. Am Gehalt bleibt alles gleich. No, 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 no. Und wer hat gerade einer beschrieben? Einer schrattet. Lol. Und hier. Bis jetzt kommt ich keine Hey-Youtuber-Reige. Das muss ja keiner machen, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin jetzt auch nicht sauer auf allen. Und deswegen. Von daher. Meine Haustiere könnt ihr auch sehen. Einmal das da. Ja. Warte mal. Und einmal das da. Ach, die sind krank. Muss ich helfen? Bis mit elf. Und jetzt kommt der andere was für Essen. Und jetzt kommt der andere. Das ist jetzt in der zweiten Level. Oh, ich kann mich jetzt nicht erst mal. Und ja. Aber es dauert wohl, und morgen habe ich wieder Schule. Auch mal wieder. Aber ich habe halt eh Ferien, also bin ich auch froh. Und die habe gerade mich mit meinem Hund einmal gehört. Na, Blicki? So, jetzt einmal die Fliegennerven, Becci. Eigentlich muss ich jetzt auch um den anderen kümmern. Weil, der andere muss ich jetzt auch machen. Und ja. Na ja. Ja, jetzt läuft 12. Weiß ich jetzt nicht, was ist. Das ist ein Tier hat an 90 gelernt. Okay. Oh, guck mal, wie mein jetzt aussieht. Oh, mein Gott. Mein Tier sieht so knuffelig aus. Das wird wohl ein Lama. Oh, mein Gott. Sieht jetzt voll anders aus. Oh, mein Gott. Leute, jetzt mal ernsthaft. Das sieht wie ein Lama, ne? Das ширnet. Oh, mein Gott.